Bei Trump geht es nicht nur um die Materialien, die es erstellt, wie Bücher, Videos, Dokumentationen und so weiter, sondern auch um Tools, die es erstellt. Folgendes sind unsere Babyprojekte. Jedes kann mehrere Tools enthalten und jedes ist handelsfrei, da das unser Fokus ist, um die sehr schädliche, handelsbasierte Gesellschaft, in der wir leben, zu bekämpfen. Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntag, Zeit für SonntagsOS und heute schauen wir uns mal das Betriebssystem Tromjarro an. Tromjarro, da bin ich zufällig drauf gestoßen, hat mich ziemlich überrascht und verwirrt erst mal. Denn Tromjarro wirbt damit ein sogenanntes handelsfreies Betriebssystem, basierend auf Manjarro zu sein. Und das hat mich ein bisschen neugierig gemacht, weil ich mit dem Begriff handelsfrei nicht so viel anfangen konnte. Und dann habe ich mich weiter tiefer in die Materie mal eingelesen. So, das heißt, bevor wir jetzt direkt zu dem Betriebssystem kommen, möchte ich hinter der Idee handelsfrei mal kurz was sagen. Es gibt ein Trom-Projekt, das ist hier die Trom-Site. Ich verlese das einfach mal, was hier so steht. Trom ist ein Projekt, dessen Ziel ist es, die Ursache der meisten heutigen Probleme aufzuzeigen und schlägt realistische Alternativen vor, um diese Probleme zu lösen. So, da ist natürlich die Frage, was für Probleme sind das? Ist das vielleicht Umweltschutz, Klimaschutz, Armut, Arbeitslosigkeit? Nein, es ist noch viel krasser. Und zwar geht es um die Idee des Handelns an sich. Das heißt, dieses Projekt, das Trom-Projekt sieht die grundsätzliche Idee, ich habe etwas, ich schaffe etwas. Du hast etwas und du schaffst etwas und du willst etwas von mir, dafür gebe ich etwas von mir. Ja, also ein Tausch. Auf der Webseite trade-free.org, da wird das Ganze dann ganz genau beschrieben. Die reinste Form von frei ist quasi die Freiheit, wo auch nicht mehr gehandelt wird. Das bedeutet, ich bekomme immer, was ich brauche oder will und im Gegenzug gebe ich auch immer und ohne Gegenleistung. Und das erwarte ich dann quasi von allen und jedem. Also diejenigen, die anbieten, sollten nichts im Gegenzug verlangen und diejenigen, die bekommen, sollten nichts zurückgeben müssen. Und wenn man sich diesen Satz mal auf der Zunge zergehen lässt, finde ich, kann das dauerhaft zu immensen Problemen führen, weil keiner auf Dauer gewillt ist und motiviert ist, Dinge zu geben, zu erschaffen, zu entwickeln und zu geben. Denn es ist ja einfacher, einfach irgendwas zu nehmen, ohne eine Gegenleistung. Zumindest ist das deren Idee. So, hier haben wir dann die Herrschaften, das sind einige von den quasi Club-Mitgliedern. Und ja, wir haben heute viele Probleme auf der Welt. Korruption, Klimawandel und so weiter, Monopolisierung. Das ist alles richtig und wichtig, dass man solche Punkte dann auch anspricht und auch entsprechend sich darum kümmert. Hungersnöte, Terrorismus, Kriminalität und so weiter. So, wer schafft diese Probleme? Natürlich der Mensch. Was bringt den Menschen dazu, sich so zu verhalten? Das Umfeld, ja, sowas nennt man anpassen, das passiert sogar im Tierreich so. Und welcher Teil des Umfelds? Der Handel. Also sie geben dem Handel die Idee des Handels, des Tauschs im Prinzip. Das ist ja das, was den Mensch dann nachher vom Tier ein Stück weit abgesondert hat. Was den Menschen dann tatsächlich zum Menschen gemacht hat, ist ja der Handel, der Tausch. Ja, ich habe eine Ziege, du hast ein Brot und ein Kamel und dann tauschen wir das gemeinsam. Ja, so hat das ja angefangen. Später dann auch mit Muscheln und Steinen und so weiter. Da wurde dann quasi eine gewisse Art von Währung eingeführt als Gegenwert bis hin zum Geld. Und ja, all das, Drogenmissbrauch, Sklaverei, Flüchtlingskrise, wissenschaftliche Entwicklung und so weiter. Alles das, oder Mangel von Mitteln für wissenschaftliche Entwicklung, alles das sind Probleme, die durch Handel verursachen. Das ist die große, so und das heißt, um das alles zu bekämpfen, Klimawandel, Gewalt, Kriege und so weiter, muss einfach der Handel als solcher abgeschafft werden. So, das ist erstmal deren Idee. Ja, und da steht hier auch, warum ist der Handel schlecht? Wer das also durchlesen möchte, Links sind alle in der Videobeschreibung, da habe ich die Seiten mal alle vollständig verlinkt. Und der kann sich dann hier mal ordentlich durcharbeiten. Und da kommen wir nun wieder zurück zu TromJarom. So, und der kann sich dann hier entsprechend durcharbeiten. Natürlich kann man bei dem Projekt Trom auch mitmachen. Wer das Projekt also unterstützen möchte, kann zum Beispiel hier auf Tromsite Donate gehen und kann dann schon entsprechend Geld spenden. Entweder über LibraPay, Patreon oder halt über PayPal, Krypto und eine Überweisung. Also Geld geben. Man darf natürlich keine Gegenleistung auch erwarten, das ist ganz klar. Was ich ein bisschen kurios und vor allem auch sehr, sehr witzig finde, ist, wenn ich auf Patreon gehe. Die bieten ja hier ihre Patreon-Seite an. So, dann bin ich hier bei dem Trom-Projekt Patreon. Da wird es nochmal geschrieben, was es ist. Und das Witzige ist, durch die Registrierung als Patreon erhältst du sofort Zugriff auf zwei exklusive Posts. Wenn ich das jetzt also richtig verstanden habe, muss ich einen Handel eingehen mit dem Trom-Projekt. Das heißt, ich muss denen Geld geben, damit ich eine Gegenleistung in Form von zwei exklusiven Posts bekomme. Und diese kann ich quasi auch erwarten. Denn das ist das, was das Trom-Projekt mir anbietet. Das ist also quasi die reinste Form des Handelns, die sie ja eigentlich bekämpfen wollen. Aber gut, da sollte so jeder seine eigene Meinung zu haben. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Jetzt kannst du direkt unten in die Kommentare deine Meinung mal zu dem gesamten Trom-Projekt und dem sogenannten Handelsfrei-Projekt mal reinschreiben. Und ich bin echt gespannt, wie ihr das so seht. In Sachen Handelsfrei ist das eine gute Sache, den Handel vollkommen aufzuhalten, zu lösen, die Art und Weise des Handelns, oder ist das eine Spinnerei? Da bin ich mal echt gespannt. So, wir gehen aber wieder zurück zu Tromjaro.de, beziehungsweise .com.de. Und Tromjaro ist im Prinzip eine leicht modifizierte Form von Manjaro. Grundsätzlich muss man auch sagen, ist die Webseite sehr, sehr schön. Das kann man auch nicht anders sagen. Es ist eine sehr, sehr schön gestaltete Webseite. Hier gibt es dann einige Desktop-Hintergründe. Die auch sehr, sehr schön aussehen, die mir sehr, sehr gefallen. Gucken wir uns gleich noch an. Dann haben die Symbolen, ein eigenes Symbol-Set. Das klingt erstmal nach einem guten Betriebssystem. Und da würde ich sagen, das schauen wir uns dann einfach mal an. Und dann gehen wir auf Herunterladen. Ich habe es nämlich tatsächlich noch nicht heruntergeladen. Könnte man das jetzt direkt aus dem Trom-Drive runterladen? Ich nehme mal direkt BitTorrent. Denn BitTorrent hat immer den Vorteil, dass das über mehrere Peers dann läuft und dann die Bandbreite zum Beispiel von Trom-Drive oder Trom-Files eben nicht zu sehr belastet wird. Gut, dann warten wir mal ab, bis der Download beendet ist. So, ich habe die ISO-Datei jetzt hier. Die ist 4,2 GB groß. Und die schiebe ich jetzt hier direkt auf meinen Ventoy-Stick. Und das braucht dann auch eine ganze Weile, ehe die Datei dann auf den Ventoy-Stick geschrieben ist. Und selbst wenn der jetzt hier gleich anzeigt, dass er fertig ist, muss der Schreibvorgang natürlich noch beendet werden. Und das dauert eine ganze Weile. Und ja, dann warten wir das Ganze noch ab und sehen uns gleich direkt auf meiner Labormaschine. So, ich habe meinen Ventoy-Stick jetzt in meiner Labormaschine drin. Und hier haben wir auch schon Trom-Jaro. Und dann gehen wir einfach mal unterbooten die Live-ISO. So, wie es auch bei Manjaro üblich ist, kann man hier direkt schon Zeitzone und Sprache eingeben. Das ist sehr, sehr gut. So, ich gehe jetzt hier direkt mal auf Europa und Berlin. Dann Keyword nehmen wir DE. Jawohl. Und die Sprache ist Deutsch aus Deutschland. Und ja, hier sehen wir auch schon davor, das Logo ist ein Manjaro-Logo. Daher wissen wir auch nochmal, dass es sich eben um ein reguläres Manjaro handelt. Kann ich sogar die Systemzeit nochmal ändern, aber das scheint nicht ganz zu funktionieren. Aber ist auch nicht so schlimm. Dann würde ich sagen, Boot with Open Source Driver, weil ich brauche keine proprietären Treiber. Ich habe nur einen Intel-Prozessor. Von daher funktioniert das. So, und da sind wir auch schon direkt auf der Oberfläche. Ging dann recht zügig und sieht erst mal auf den ersten Blick sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. So, hier können wir das Ganze mal auf Deutsch umschalten, damit der Calamares-Installer sich hier auch auf Deutsch umschaltet. Und dann gehen wir direkt weiter. Die Zeitzone hat er jetzt nicht mit übernommen. Da bin ich auch nicht, sondern in Berlin. Das ist da, genau. Dann einmal weiter. So, die Tastatur hat er schon erkannt. German und Default. Genau, das kann so bleiben. Dann einmal weiter. Und jetzt kommen wir zur Festplatte. So, das ist jetzt alles ein bisschen quietschbunt. Muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen. So, ich möchte die Venus Corp. Die kann ich jetzt hier auswählen. Die Venus Corp, das ist die Festplatte, die ich auch haben möchte. Hier sehen wir auch schon, ist GPT. So, und dann kann ich jetzt hier parallel dazu installieren. Ersetze, Partition oder Festplatte löschen. Ich möchte direkt löschen. Sage, ich möchte ButterFS, weil es soll ja auch dieses automatische Backup funktionieren. Das funktioniert am besten mit ButterFS. Und Swap brauche ich nicht, obwohl wir könnten, machen wir Swap ohne Ruhezustand. Und dann haben wir eine kleine Swap-Partition hinten angehängt. Das ist in Ordnung. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter. Also die Partitionierung, das geht hier, ja, wunderschön. Ja, und dann können wir im Prinzip schon unseren Account anlegen. So, dann haben wir hier, der Computername kann so bleiben. Dann brauchen wir noch ein schweres und kompliziertes Passwort für den Benutzertyp. So, automatisch einloggen möchte ich nicht und das gleiche Passwort auch für das Admin-Konto verwenden. Ja, und dann können wir hier weiter. Und dann sind wir im Prinzip schon durch und können direkt mit dem Installieren beginnen. Und dann heißt es einfach abwarten und Tee trinken, bis die Installation durch ist. So, die Installation ist nun beendet und wir können das System einmal neu starten. Und dann sind wir hier auch schon im Grub-Boot-Menü, welches sehr, sehr schön gestaltet ist, sehr, sehr schick aussieht. Und man sieht auch, dass OS-Prober installiert ist. Denn mein Debian-Datensicherung-Server wurde hier ebenfalls gefunden und könnte ich jetzt hier auch direkt starten. Aber wir starten jetzt Trom-Jaro-Linux. Da bin ich mal gespannt. Gut, der Anmeldebildschirm hat jetzt einen schwarzen Hintergrund. Und möglicherweise hat dann einfach etwas nicht geklappt mit dem Laden des Hintergrundbildes. Das muss jetzt nichts bedeuten. Das ist überhaupt nicht so schlimm. Und dann loggen wir uns mal direkt ein. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Sehr, sehr schönes Hintergrundbild mit dem Eisberg. Es ist sehr, sehr minimalistisch. Ein sehr, sehr schöner Style, muss ich wirklich sagen. Das gefällt mir ganz, ganz, ganz toll. Gut, dann wollen wir uns dann hier gleich mal schauen. Also eine Art Willkommensbildschirm scheint es jetzt hier nicht zu geben. Ich sehe hier einmal das Trom-Jaro-Logo. Und hier sehe ich auch noch ein Video-Need-Documentaries. Das gucken wir uns gleich mal an. Und hier unten haben wir dann noch das Menü. Das Hauptmenü, wo man dann im Prinzip die ganzen Anwendungen findet. Gut, und hier oben haben wir dann, ähnlich wie es bei Mac ist, kann man dann hier dann entsprechend auf verschiedene Sachen direkt zugreifen. Aber ich nehme mal an, das sind dann die Ordner, Dokumente, Musik, Videos und so weiter. Allerdings auf Englisch, zumindestens hier oben. Ich gehe aber mal davon aus, dass der Rest des Systems auf Deutsch ist. Jawohl, das sieht man hier. Dokuments, Dokumente, Downloads, Musik. Ja, da gibt es halt diese zwei Ordner. Das hat mit der Übersetzung scheinbar nicht so richtig hingehauen. So, ansonsten scheint das so ein bisschen Mac-Style zu sein. Das heißt, die Fensterbutton sind hier alle links. Und ja, dann gucken wir mal hier. Das sieht aus wie ein Browser. Das ist ein Firefox. Und zwar handelt es sich hierbei um einen modifizierten Firefox. So, und dann möchte hier, haben wir Yay Another Speed Dial, nennt sich das. Das ist eine Erweiterung, die so etwas Ähnliches wie eine Startseite ist. Und da kann ich dann hier rüber Tabs und Bookmarks öffnen und kann dann hier direkt Bookmarks dann auch hinzufügen. Wie zum Beispiel, so ein Typ im Internet. Und dann der Link dazu ist http. Und dann können wir Image from Link machen. Oder wir können eigentlich automatisch, gucken wir mal. Zack. Ist nicht sicher. Das ist in Ordnung. Und dann komme ich hier auf diese Seite, werde ich einfach umgeleitet auf typ.bio.link. Ja, also jetzt ganz einfach auf so ein Typ im Internet.de. Da kommt er jetzt eben auch auf meine Link-Liste. So, kann man das hier noch ändern. Delete, kann man, Search, kann man es bearbeiten. Teams, okay. Man kann also eine Menge noch machen. Was haben wir sonst noch hier? Wir haben hier Sci-Hub-X. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Dann haben wir Wayback Machine als Add-on. Okay. Dann haben wir hier noch Lib Redirect. Und da habe ich keine Ahnung, was das ist. Das können wir jetzt einfach mal bauen. Ich mache mal Twitter an. Und dann gucken wir einfach mal, was Twitter.com macht. Ah ja, okay. Dann werde ich auf fdnitter.fr, also auf nitter umgeleitet quasi. So, dass ich nicht auf der Original-Twitter-Seite dann bin, sondern entsprechend auf der, ja, tracking-freien Nitter-Seite. Können wir gleich mal mit YouTube probieren. Was ist YouTube? Und dann komme ich hier auf y.com.sb in Videos. Und ja, da habe ich dann hier ebenfalls Zugriff auf alle YouTube-Videos, so wie es aussieht. Und zum Beispiel auch auf meinen Kanal mit meinen Videos. Das, okay, ist eine absolut werbefreie und tracking-freie Seite im Prinzip, was eine sehr, sehr coole Idee ist. Kann man gar nicht anders sagen. Man kann sich hier auch einloggen. Man kann sich hier im Prinzip registrieren und dann einloggen. Das ist ganzes Open Source und nennt sich halt NVIDIAs. Kann man übrigens auch selber hosten. Ja, wer das Ganze in seinem Local Host hosten möchte, der kann das einfach tun. Und dann einfach hier Local Host und dann hat man dann eben Zugriffe auf die komplette YouTube-Bibliothek in Videos. Zum Beispiel im Docker-Container und so weiter, ne? Kann man das. Ja, interessant und auf diese Art und Weise kann man sämtliche, ja, Social-Media-Apps direkt über, ja, tracking-freie Alternativen routen lassen. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann gucken wir mal, was wir hier sonst noch so versteckt haben. Äh, ich mache jetzt mal hier auf so eine freie Seite, dass wir hier ein bisschen was sehen. Jawohl. So, KeyPassX-Browser haben wir als Extension mit drin. U-Block Origin ist mit dabei. Der Privacy Badger. Das sind zwei Sachen, die ich auch immer in meinen Browsern mit habe. Das ist sehr, sehr gut. So, Bypass Paywalls Clean. Das funktioniert sicherlich bei vielen, ja, sage ich mal, Online-Zeitungen weltweit. Allerdings bei den meisten Deutschen funktioniert es nicht. Also bei Bild zum Beispiel wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Und auch bei sämtlichen anderen nicht, weil da nicht einfach nur eine Paywall ist, sondern tatsächlich der Content vollständig gesperrt ist für die Außenwelt, sondern der Content wirklich nur für zahlende, registrierte Nutzer dann auch angezeigt wird. Das heißt, man kann diese Paywall nicht einfach so, ja, umgehen, wenn man nicht tatsächlich aktiv zahlender Kunde ist. Aber ich denke mal, bei vielen, ja, Zeitungsverlagen weltweit wird das durchaus funktionieren, dass man da die Paywall entsprechend umgehen kann. Ist allerdings eine Urheberrechtsverletzung, zumindest nach deutschem Recht, sollte man also überlegen, ob man das wirklich möchte. So, Sponsor-Blog for YouTube, das ist, wenn die YouTuber immer ein Sponsoring machen, wie zum Beispiel dieses Video wird präsentiert von, ja, jenem VPN-Anbieter oder von irgendeinem Spieleanbieter. Ja, und dann macht er da so zwei, drei Minuten Werbung für diesen VPN-Anbieter. Und diese Erweiterung erkennt das und überspringt dann diesen Part. Sehr, sehr cool. So, absolut in AbleWrite, Click & Copy. Ich nehme mal an, damit wird dann da der Rechtsklick und Kopieren freigeschaltet für Seiten, die das JavaScript-seitig entfernt haben oder deaktiviert haben. Ja, hier in NASA Speedtile, das ist im Prinzip diese Startseite, die wir jetzt hier sehen. Und Firefox Translations ist hier automatisch mit drin. Der möchte im Prinzip alle Seiten auf Deutsch übersetzen. Gut, das sind eine ganze Menge Add-ons, die hier drin sind. Weiß ich nicht, ob man alle auch braucht. Bis jetzt weiß ich noch nicht, was das hier ist. Type Hub X Now. Weiß ich nicht. Gut. Sei es drum. Wir machen mal weiter. So, wir haben ja jetzt hier schon den Dateimanager gesehen. So, was haben wir hier? Usage. Da haben wir im Prinzip, ja, einen einfachen Prozessmonitor. Da sehe ich, wie der Prozessor ausgelastet und der Speicher ausgelastet ist. Sehr, sehr schick. So, dann haben wir hier ein Software Center. Das ist im Prinzip, das sieht aus wie Parmak. Ganz normal Standard Parmak, wie man das von Manjaro auch kennt. Hierüber kann man dann eben Sachen installieren, aber eben auch aktualisieren. Und ich nehme mal an, dass eine Menge Aktualisierungen noch verfügbar sind. Jawohl. Aber die führen wir jetzt erstmal nicht durch. So, dann gibt es hier einen Einstellungsmanager. Auch das sieht aus wie der ganz normale, ja, Einstellungsmanager für XFCE, weil das ist ja die Oberfläche XFCE. Und hier kann man dann eine ganze Menge Sachen noch einstellen. So, dann haben wir hier nochmal einen App Store im Prinzip von Tromjaro selber. Nennt sich Tromjaro Apps. Okay, 650 Trade-Free Apps. Da geht es dann eben um Anwendungen, die halt nicht tracken, die vollkommen Open Source sind, reihe, quelloffene Software und kein Tracking haben. Das Ganze haben die dann hier auch nochmal in Kategorien unterteilt. Und da kann man sich dann hier entsprechend durchschauen, wenn man ein Programm sucht, was eben Trade-Free ist. So, dann gibt es hier noch die, das, ja, Video-Need nennt sich das. Das ist im Prinzip sowas ähnliches wie Netflix, könnte man sagen. Und dies ist eine Trade-Free-Seite. Und da kann man sich hier Dokumentationen, Filme, Kurse und so weiter anschauen. Ja, müsste man jetzt mal durchschauen, was das ist, so wie es aussieht. Zumindest haben sie es auch auf der Webseite gesagt, sind alle Inhalte auf Englisch. Das heißt, man muss durchaus Englisch können, um das eben auch zu konsumieren. Ich nehme mal an, das sind sowieso alles, ja, freie Filme, die ohnehin der Gemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Wobei ich mir jetzt zum Beispiel nicht sicher bin bei dem Film Snowden, ob der tatsächlich, ja, frei ist. Hier steht jetzt Trailer und danach ist hier ein Magnet-Link, wo ich die Möglichkeit habe, das Ganze entsprechend, ja, herunterzuladen, kostenfrei über einen Torrent. Und da bin ich mir nicht sicher, ob man nicht hier eine Urheberrechtsverletzung begeht, wenn man das Ganze dann hier über ein File-Sharing-System herunterlädt. Also da wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Genaueres kann euch sicherlich Christian Solmecke von WBS Legal sagen. Zumal ich sehr, sehr witzig finde, gerade die Magnet-Links, die sind ja voller Tracker und gehen eigentlich vollkommen gegen die Idee, die dieses Trade-Free-Projekt eben hat. Wenn ich jetzt hier mit der Maus einfach drüber fahre und unten in der Browser-Leiste hier gleich ganz unten, da blinken im Prinzip die ganzen Tracker schon auf, die UDP-Tracker, ja, die mich halt meine Daten dann im Prinzip speichern und dann im Prinzip als Gegenleistung wollen die natürlich ebenfalls, dass ich Daten teile, wenn ich Daten haben möchte. Und das geht halt vollständig gegen die Idee von Trade-Free normalerweise. So, und ansonsten habe ich eben hier nur den Trailer. Also ich traue mich tatsächlich gar nicht, auf den Magnet-Link drauf zu klicken, weil ich zu 100%ig eine, ja, Urheberrechtsverletzung begehen würde, wenn ich hier mir den Film Snowden anschauen möchte. Und bei den anderen Filmen bin ich mir nicht sicher, ob das nicht genau so ist. So, dann gucken wir mal, was hier alles so vorinstalliert ist. Gucken wir mal, ob wir das Menü hier ein kleines bisschen größer machen können. Ja, sehr gut. Dann sehen wir hier auch ein bisschen. Ich will jetzt hier einfach alles mal ganz schnell durchgehen. Ein Formeleditor für, ja, Matheformeln im Prinzip und einen virtuellen Globe. Das ist nämlich mal an so etwas Ähnliches wie Google Earth. Das bloß halt, ja, Open Source ist tatsächlich eine schöne Alternative zu Google Earth. Kann man nicht anders sagen. Allerdings ist natürlich Google Earth deutlich fortschrittlicher. Aber ich sage mal, für das Lernen und so weiter und für das Entdecken, nehme ich mal an, reicht das hier völlig aus. Ja, dieser, dann gibt es eingebettet auch OpenStreetMap. Da kann ich dann hier dann tatsächlich auch das komplette Straßennetz noch anschauen. Es gibt einen Beheim-Globus von, ja, 1492 im Prinzip, als Christopher Columbus Amerika entdecken wollte oder entdeckt hat. Ja, so sieht das dann aus. So hat man dann quasi gedacht, wie die Welt dann aussieht. Ja, sehr, sehr interessant. Dann gibt es noch die Erde bei Nacht, Popografische und Temperaturkarten und die sogenannten Vektorkarten, wo man dann das Ganze noch als Vektorgrafik hat. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr schönes Programm. Virtual Globe mit dabei. So, dann haben wir Büroanwendung. Wir haben Database Development, Drawing Program, Formula Editor, Notes, Office. Also, es ist ein Office drauf, Präsentation, Spreadsheet und Word-Prozessor. Ich bin mal gespannt, was das für ein Programm ist. Es ist LibreOffice. Okay, sehr gut. Und das ist sehr, 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 sehr gut, weil LibreOffice ist meines Erachtens einer der besten Office, freien Office-Programme überhaupt auf dem Markt. Draußen kann ich wärmstens empfehlen. Dann gibt es hier noch diverse Einstellungen ohne Ende. Das ist auch sehr, sehr schön. Dann ein Icon-Browser. Unter Grafik finde ich dann einen Screen Recorder, noch das Drawing-Programm und noch ein paar Viewer. Gimp ist kurioserweise nicht mit dabei, was sehr, sehr schade ist, aber was kann man sich nachinstallieren. So, unter dem Internet gibt es hier einmal ein VPN. Und da bin ich ja mal gespannt. RiseUp VPN. Und jetzt habe ich wohl eine gesicherte Verbindung nach Amsterdam. So, aufgrund des Dark-Modes ist das Ganze hier nicht ganz so schön angezeigt. Man kann es sehr, sehr schwer erkennen. Ich kann mich aber zum Beispiel mit Montreal verbinden. Ja, ist natürlich auf der anderen Seite der Welt. Deswegen ist die Verbindung ziemlich schlecht. Aber ich kann mich zum Beispiel mit Frankreich verbinden, wenn ich das möchte. So, dann kann man hier auf Paris. Und dann Turn On. Und dann schauen wir mal, ob er sich hier verbindet. Jawohl, jetzt steht hier unten, das sieht man sehr, sehr schlecht, steht jetzt aber hier Paris FR. Ja, und das können wir jetzt gleich mal herausfinden. So, ich bin jetzt hier auf mylocation.org gegangen. Und in der Tat, das ist jetzt im Prinzip die IP, die mir hier ausgeschmissen wird. Und da befinde ich mich jetzt hier in Frankreich, in Valdois, in der Region. Und wir schauen mal direkt weiter. Es gibt dann noch Web-Apps. Das kennen wir von Linux Mint. Da kann man dann im Prinzip Webseiten als Web-Apps abspeichern. Den Browser und Web-Torrent. Dann gibt es hier den Q-Talks Messenger. Da kann ich mir hier ein Profil anlegen. Und dann kann ich hier entsprechend mit anderen kommunizieren. So ähnlich wie der Session Messenger, den man ja auch kennt. So, unter Internet finden wir dann eben diese Trade-Free-Apps und Video-Needs-Documentaries. Das haben wir uns ja gerade schon angeguckt. Das sind im Prinzip zwei von diesen Web-Apps. Unter Sonstiges finde ich noch Rofi und den Rofi Theme-Selector. So, dann haben wir unter System halt noch ein paar System-Anwendungen. Wie zum Beispiel Cronjobs, DIST, die Detailmanager und so weiter. Also im Prinzip so die ganz normalen Sachen. Unter anderem eben auch ein Terminal. Unter Unterhaltungsmedien, da finden wir dann noch einige Sachen zum Thema Musik und Video. Unter anderem den einen Video-Player. Das ist der SM-Player. Okay. Sehr guter Player. Der ist in Ordnung. Und G4-Musik. G4-Music. So, dann gibt es hier noch Wissenschaft. Da haben wir dasselbe drin wie in Bildung hier oben. Und dann gibt es noch Zubehör. Und da gibt es dann noch so ein paar Sachen, die einfach mit dazugehören. Wie zum Beispiel ein Emoji-Picker, ein Taschenrechner halt. Und hier auch nochmal ein Passwort-Manager. So, soweit so gut. Viel mehr ist gar nicht drauf. Das reicht für viele tatsächlich direkt zum normalen täglichen Bedarf. Ein paar Anwendungsspiele sind gar keine drauf. Die kann man sich dann aber herunterladen. Dann so als Shell ist hier die ZSH-Shell. Das sieht man auch schon ein bisschen an Style. Der Style ist sehr, sehr schön. Ich will erst mal schauen, welche Repositories hier verbunden werden. Das ist Core und Extra und Community. Das sind die Standard-Repositories für Arch Linux. Linux. Dann müsste rein theoretisch noch Manjaro kommen. Okay, Manjaro-Repository nicht. Aber dafür hat Trom-Repo ein eigenes Repository. Und das Chaotic-AOR ist ebenfalls mit dabei. Damit kann ich zum Beispiel Programme aus dem Arch-User-Repository direkt mit Pac-Man installieren. Und brauche die nicht erst mit irgendeinem Helper kompilieren oder ähnliches. Das ist immer sehr, sehr einfach. Und dann können wir den ganzen Spaß mal noch updaten. Das geht dann einfach mit sudo Pac-Man SYU. Und hier sind dann so einige, wie zum Beispiel die Chaotic-AOR-Mirror-Liste wird neu gemacht. Der Firefox wird hier neu installiert. Und auch Parmak. Da machen wir das Ganze mal noch fix. Hier sehen wir auch dann das automatische Timeshift-Backup. Das funktioniert eben nur, weil wir ButterFS ausgewählt haben. Ansonsten würde das gar nicht so in der Form funktionieren. Das Update ist soweit durch. Was mich natürlich noch interessiert, ist der Layout-Switcher. Auf der Webseite hatten wir ja ziemlich am Anfang gesehen, da gab es so einen Layout-Switcher, dass das alles immer so aussieht wie entweder bei Windows oder Mac OS oder MX Linux und so weiter. Und deswegen will ich mal schauen. Da haben wir auch Tom Jaro Layout-Switcher. Und hier können wir jetzt im Prinzip mal aussuchen, wie das Ganze hier so aussehen soll. So, das wäre jetzt die klassische, ich sag mal Windows 10 Ansicht. Hier steht auch Windows-Like-Layout-Was-Enabled. Windows 7 oder Windows 10 haben wir hier. Sehr schön. Dann, was haben wir noch? Dann haben wir MX Lite. Das wäre dann im Prinzip so ähnlich wie die Ansicht von MX Linux. Was im Prinzip dieselbe ist wie Windows 10, nur halt, dass diese Leiste eben auf der Seite ist anstatt unten. Dann haben wir das quasi Unity-Like-Layout. Das ist das Standard-Layout von Trom Jaro. Dann gibt es noch diesen Mac OS-Like mit so einem Dock hier unten und dann eben oben die Leiste, wie man das vom Mac eben auch kennt. Ich mache das jetzt mal so hier. Layout-Switcher. Haben wir es. Und dann gibt es noch GNOME. Genau, GNOME, so wie das normalerweise bei GNOME auch aussieht. Man hat dann hier auch die verschiedenen Arbeitsflächen noch und in der Mitte eben die Uhrzeit und das Benachrichtigungsfeld. Das sieht also auch sehr gut aus. Und zu guter Letzt haben wir hier unten noch Top X Lite. Was im Prinzip dasselbe ist wie die Windows 10 Ansicht, nur dass die Leiste eben oben ist. Jetzt möchte ich mal die App-Image-Integration mal testen. Und zwar auf der Webseite steht ja, dass App-Images und so weiter sehr gut integriert sind. Das wollen wir mal überprüfen. Dazu gehe ich jetzt einfach mal direkt auf kdenlive.org. So, dann sind wir hier bei Kdenlive. Dann kann ich hier auf Download klicken. Und dann gibt es eben hier die Möglichkeit, Kdenlive als App-Image herunterzuladen. Und das machen wir mal. Einfach auf Enter und dann wird das hier heruntergeladen. Das ist knapp 200 MB groß. So, dann ist Kdenlive jetzt heruntergeladen. Jetzt mache ich hier einfach mal einen Doppelklick drauf. Und dann sagt er mir hier integrieren und ausführen. Dann sage ich einmal OK. So, jetzt ist die App auch aus dem Downloads-Ordner verschwunden. Das merken wir uns mal. Und es öffnet sich jetzt auch Kdenlive ganz normal. Das ist sehr gut. Sieht auch sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig aus. Das finde ich ohnehin bei App-Images immer sehr, sehr gut, dass das sehr, sehr schnell sehr, sehr gut funktioniert. Kann ich nicht anders sagen. So, wir können das Ganze jetzt aber mal schließen. Das brauchen wir jetzt nicht. Und dann öffne ich nochmal den Ordner. Und da gibt es jetzt hier den Ordner Applications. Und da befindet sich jetzt die Kdenlive-App, das Kdenlive-App-Image drin. Und unter anderem sollte Kdenlive jetzt auch hier irgendwo unter, zum Beispiel Unterhaltungsmedien könnte es sein. Genau, unter Unterhaltungsmedien befindet sich jetzt Kdenlive hier. Als App. Und so kann ich jetzt direkt App-Images starten. Natürlich muss man bei App-Images mal aufpassen. Die aktualisieren sich nicht von alleine. Man kann dann aber meistens bei vielen Anwendungen unter Hilfe einfach nach Update oder Aktualisierung schauen. Und dann sagt der einem dann immer, ob Aktualisierungen verfügbar sind oder nicht. Oder man schaut selber auf die Webseite dann, ob Aktualisierungen verfügbar sind und lädt sich dann entsprechend das neue App-Image runter. Der Vorteil dabei ist natürlich dann auch, dass ich das alte App-Image dann erstmal noch liegen lassen kann, kann das neue App-Image mit der neuen Version, zum Beispiel 23.5, als Beispiel jetzt hier, dann nutzen. Und wenn mir da irgendein Fehler auffällt oder irgendwas nicht richtig funktioniert oder das mit dem Rendern, mit den Rendereinstellungen, dass es da Probleme gibt, was immer mal gerade bei Kdenlive der Fall ist, dann kann ich einfach wieder auf die etwas ältere Version zurückfallen, indem ich dann einfach die 23.4 wieder öffne und weiter bearbeite. So mache ich das. Also ich arbeite gerade bei Kdenlive nicht mehr mit Flatpak oder aus den Repositories, sondern nur noch mit App-Image, weil da weiß ich, wenn ich das App-Image habe, was richtig gut funktioniert, wo das Rendering gut funktioniert und so weiter, dann behalte ich die einfach. Dann arbeite ich wirklich ein paar Monate damit und dann probiere ich mal eine neuere Version aus, wenn neuere Funktionen wieder mit dabei sind, gucke, ob mir das passt. Wenn das alles super ist und super läuft, dann nutze ich die neue dann, die alte lösche ich dann und ansonsten switche ich einfach wieder zurück auf die ältere Version, weil es reicht ja für mich aus. Gut, dann gibt es natürlich noch eins zu schauen, nämlich nach den Hintergrundbildern. Schreibtisch-Einstellungen sind das. Und dann haben wir hier unsere Hintergrundbilder und da gibt es dann tatsächlich eine Reihe von sehr, sehr schönen Hintergrundbildern. Sehr schönes Artwork. Kann man wirklich nicht anders sagen. Also mir gefällt das wirklich unfassbar sehr. Also wirklich toll. Da kann man sich richtig satt sehen. Man kann alles durchgucken, durchblättern. Sehr, sehr schönes Artwork. Es sind halt unzählige, wirklich viele Bilder, die hier mit dabei sind. Da kann man wirklich eine Menge Zeit verbringen, um sich diese alle auch durchzugucken. Wobei einige erkenne ich hier, wie zum Beispiel dieses hier, ist das Standard-Hintergrundbild von dem Betriebssystem Newtix. Das kommt also nicht direkt von Trom Linux, sondern das ist quasi von Newtix genommen. Das Bild habe ich bereits auch schon ein Video gemacht. Das findest du hier oben auf dem i. Diejenigen, die anbieten, sollten im Gegenzug nichts verlangen und diejenigen, die bekommen, sollten nichts zurückgeben müssen. Das ist hier im Prinzip der Tenor dieses gesamten Trade-Free-Projekts. Ich denke, meine Meinung konnte ich dazu schon etwas kundtun. Ich bin von dieser Idee nicht sehr angetan. Das ist nichts, wo ich mich mit identifiziere. Ich bin da wahrscheinlich auch innerlich ein bisschen sehr kapitalistisch angehaucht. Grundsätzlich zu den Betriebssystemen muss ich allerdings sagen, das finde ich sehr, sehr schick. Ist eine sehr, sehr schicke Modifikation von Manjaro Linux. Es ist ein normales Manjaro Linux. Da sind einige Programme halt entfernt worden, ein paar noch hinzugefügt worden. Auch die Add-Ons für den Firefox finde ich jetzt ein bisschen sehr viel, aber grundsätzlich jetzt so schlimm nicht. Es sind tatsächlich einige dabei, die ich dann auch verwende, gerade so was Werbeblocker und Trackerblocker und so sind, sollte jeder mittlerweile als Add-Ons in seinem Browser drin haben. Wenn du also ebenfalls das Leistung-Gegenleistungs-Prinzip bekämpfen möchtest, zusammen mit dem Traumprojekt, dann kannst du dir zwei exklusive Posts anschauen, direkt auf Patreon. Allerdings nur, wenn du als Gegenleistung kostenpflichtiges Mitglied dort wirst. Was für eine Ironie. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.